Hallo und herzlich willkommen vom sonnigen Sylt. Ich bin Tina Molsen und wir machen jetzt ein bisschen Yogi Latis und in dieser Einheit richte ich mich vor allen Dingen an die etwas Fortgeschritteneren unter euch. Es sind ein paar sehr fortgeschrittene Haltungen. Also wenn du am Anfang stehst, dann schau dir doch einfach die anderen Videos nochmal an und übe ein bisschen und allen anderen viel Spaß jetzt dabei. Komm in einen Sitz und zwar bringe deine Füße rüber zu deiner linken Seite und stell den oberen Fuß unter den unteren direkt ans Fußgelenk heran. Stell deine rechte Hand auf und richte dich erst einmal ganz lang auf. Atme tief ein und hab das Gefühl, dass du mit der Einatmung in der Wirbelsäule immer ein bisschen länger wirst und mit der Ausatmung biegst du dich jetzt in den Sidebend nach außen. Option 1, du lässt einfach das untere Knie am Boden und biegst dich hier in die Seite. Komm mit der Einatmung zurück und wenn du ein bisschen was wagen möchtest, streckst du beide Beine mit der Ausatmung Sidebend. Bieg dich wie ein Regenbogen. Einatmen lang und mit der Ausatmung Sidebend. Richtig drück in den Boden hineindrücken und dann wieder einatmen. Wiederhol das noch zweimal. Versuch die ganze Körperseite zu öffnen. Atme tief ein und ein letztes Mal. Bleib hier im Sidebend. Die Füße sind versetzt und dann geh in den Twist. Ausatmen. Schick den Arm unter dir durch. Einatmen zurück in den Sidebend und ausatmen in den Twist. Schick den Arm weit durch. Noch einmal. Einatmen, Sidebend und ausatmen in den Twist. Von hier bring dich dann in den herabschauenden Hund oder Upstretch aus dem Pilates. Atme tief ein. Bring dich auf die Zehenspitzen und mit der Ausatmung schieb die Fersen noch einmal Richtung Boden. Nimm den Blick einmal zu deinen Händen. Atme hier tief ein und versuch beide Ellenbogen gleichzeitig an dem Boden aufzusetzen. Tiefe Einatmung und dann strecke mit der Ausatmung wieder beide Arme. Versuch das Ganze noch einmal. Tief Einatmen. Guck zu den Fingern nach vorne. Ausatmen. Saug die Ellenbogen zueinander und bring die Ellenbogen langsam nach unten. Und dann kannst du hier im Unterarmstand ein bisschen verweilen und den Boden wegdrücken. Tief Ein- und Ausatmen. Ich habe die Füße geschlossen und du drückst in den Boden. Und dann bringst du dich wieder nach unten auf deine Knie und findest in ein Päckchen. Finde zurück in deinen Atem. Und dann wechselst du die Seiten. Du bringst die Füße rüber zu deiner rechten. Stellst die linke Hand auf. Platziere den unteren Fuß an deiner Ferse. Stütz dich auf. Zieh dich lang raus. Und die Option 1. Lass das untere Knie einfach am Boden und versuch hier in den Sidebend zu kommen. In den ersten. Einatmen. Senk dich ab, aber werde lang. Und dann versuch auch hier mit dem gestreckten Bein. Ausatmen. Sidebend. Biege dich. Einatmen. Und wieder ausatmen. In den Sidebend. Biegen. Einab. Lang rauswachsen. Und noch einmal. Richtig biegen. Dann bleibe ich hier. Atme ein. Und mit der Ausatmung geh in den Twist. Komm zurück. Sidebend. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung in den Twist. Und noch einmal Sidebend. Und dann ausatmen. In den Twist. Komm in den herabschauenden Hund. Und auch hier auf dieser Seite. Halte hier. Atme tief ein. Lang aus. Und dann kannst du auch da nochmal versuchen, auf deine Ellenbogen nach unten zu finden. Schieb in. Saug die Ellenbogen zueinander. Bring die Unterarme nach unten. Und vielleicht hältst du hier noch ein paar Atemzüge. Du kannst mit den Füßen auch ein bisschen dichter kommen. Die Füße schließen. Und dann schieb dich richtig weg. Drück den Boden von dir weg. Und dann bring die Knie nach unten. Und roll dich wieder in ein kleines Päckchen. Wenn du merkst, dass du deine Atmung verlierst, dann bring dich immer wieder in ein Päckchen zurück. Roll dann langsam auf. Und bring dich in eine sitzende Haltung. Öffne deine Füße ruhig ein bisschen weiter als Mattenweit. Schick die Füße richtig von dir weg. Hebe dich lang raus aus deinem Becken. Versuch den Rücken ganz lang zu machen. Für The Saw, die Säge, atmest du tief ein. Ziehst die Arme weit auseinander. Lass die Schultern unten. Greife durch die Mittelfinger richtig durch den Raum. Verlängere die Arme. Tiefe Einatmung. Der Rücken ist lang. Ausatmen. Du drehst dich. Einatmen. Streck dich lang. Und ausatmen. Zum entgegengesetzten Bein ziehen. Einatmen. Und dann dreh dich. Ausatmen zur anderen Seite. Atme ein. Streck dich ganz lang. Und ausatmen. Zieh. Einatmen. Und ausatmen. Dreh dich. Atme tief ein. Und ausatmen. Zum entgegengesetzten Bein ziehen. Wieder lang ein. Und aus. Dreh. Heb dich ein. Und aus. Wieder ein. Und noch einmal zu jeder Seite. Aus. Streck dich lang. Ausatmen. Einatmen. Und ein letztes Mal. Aus. Streck dich nochmal super lang. Und ausatmen. Ein. Und komm zur Mitte zurück. Senk. Senk die Arme. Und zieh einmal deinen linken Fuß an dich heran. Lass rechts ausgestreckt. Platziere deine rechte Hand hinter dir. Und es ist ähnlich wie beim Side Bend, nur dass du jetzt in eine Rückbeuge gehst. Platziere einmal deine Hand an deinem Brustbein. Atme tief ein und schieb gegen deinen Brustbein. Und mit der Ausatmung. Halte die Körpermitte ganz stark. Saug den Bauch nach innen. Und heb dich vom Boden ab. Vielleicht kommst du sogar auf den Zehballen. Und streckst dich ganz lang. Wild thing. Halte ja. Atme tief ein. Heb dich noch ein bisschen höher. Und mit der Ausatmung komm zurück. Nach unten. Wiederhol das Ganze. Streck dich lang raus. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung schick dich in den Bogen. Schieß den Arm weit von dir weg. Und dann kommst du wieder zurück. Atme tief ein. Und dann ein drittes und letztes Mal. Tief ein. Und mit der Ausatmung schickst du den Arm in den Bogen. Und wenn du gerne spielen magst, dann versuch hier mal in die Rückbeuge zu kommen. Und halte in der Rückbeuge. Du kannst auch auf die Zehenspitzen kommen. Und dann bringst du dich langsam wieder raus aus der Position. Du drehst die Hand. Ziehst die Hand weg. Und setzt dich zurück. Wechsel dann die Seiten. Ich schwinge mich nur einmal rum. Du hast das Vorderebein ausgestreckt. Hinten aufgestellt. Stütz dich auf. Platziere die Hand. Atme tief ein, um schon Länge zu gewinnen. Halt den Bauch ganz stark. Und mit der Ausatmung gehst du ins Wild Thing. Atme ein. Und bring dich nach unten aus. Einatmen. Lang und ausatmen. Schick den Arm raus. Atme tief ein. Und komm nach unten. Noch einmal tief einatmen. Herz heben. Und mit der Ausatmung ganz lang machen. Und auch da mit der Option, in den Bogen zu finden. Tief ein und lang aus. Und dann verlagere vielleicht auch ein bisschen das Gewicht. Spiel ein wenig. Komm auf die Zehenspitzen. Spann den Bogen. Und um jetzt rauszukommen. Beug die Ellenbogen. Zieh dein Brustbein heran. Und leg dich in Rückenlage. Zieh deine Knie an dich heran. Schließ einen Moment die Augen. Und vergiss alles, was du gemacht hast. Kreise. Und dann spüre, wie deine Lendenwirbelsäule den Boden berührt. Roll dich einmal klein auf. Ganz klein und rund. Und du möchtest deine Lendenwirbelsäule jetzt am Boden lassen. Der Blick ist zum Bauchnabel gerichtet. Und du kannst sehen, wie der Bauch ganz flach ist. Und dann schick einmal deine Beine von dir weg. Und halte hier. Atme tief ein. Versuch den Bauch ganz flach zu halten. Und zieh die Knie dann wieder an dich zurück. Wiederhol das. Double Leg Stretch. Ausatmen. Nimm jetzt die Arme in die Verlängerung. Einatmen. Zieh dich ran. Ausatmen. Double Leg Stretch. Einatmen. Zieh dich ran. Ausatmen. Double Leg Stretch. Ein, ran. Zwei noch. Ausatmen. Press die Beine aneinander. Saug den Bauch rein. Letzte Wiederholung. Ausatmen. Streck dich. Ein. Und weil es so schön ist, eine allerletzte. Ausatmen. Richtig lang dich strecken. Und dann ziehst du die Knie ran. Und entspannst die Bauchdecke ein bisschen. Kreis wieder so ein bisschen über den unteren Rücken. Und dann greif in deine Kniekehlen und helf dir mit dem Assisted Roll Up in eine sitzende Haltung. Komm in ein Sukhasana. Oder vielleicht kannst du auch den oberen Fuß auf das Knie legen und dich dann über deine Beine. Einfach nur um ein bisschen die Hüfte noch zu öffnen. Die Wirbelsäule lang zu machen. Und dann wechsel die Seiten. Richte dich lang auf. Verändere die Kreuzung deiner Füße. Platziere das Fußgelenk auf deinem Knie. Stapel die Knie über Landa. Atme tief ein. Leg dich da über die Beine. Und es geht um die Länge deiner Wirbelsäule. Atme ein. Versuch den Rücken lang zu machen. Egal ob du jetzt ganz unten liegst oder ganz oben bist. Versuch immer den Rücken so lang wie möglich zu halten. Jede Ausatmung streck dich noch ein bisschen mehr in die Länge. Und dann löse die Position auf und komm über die gekreuzten Füße in einen Vierfüßlerstand und zurück in den Unterarmstand. Und hier am Anfang roll die Füße ein. Du kannst die Füße geschlossen halten und streckst dann das Becken nach oben. Drück mit den Ellenbogen in den Boden. Drück mit den Händen dich weg. Und bring dich dann nach unten. Für alle, die noch nie einen Kopfstand gemacht haben, empfehle ich einfach diesen Unterarmstand zu üben. Bis du ungefähr 30 Atemzüge ohne Probleme in diesem Unterarmstand stehen kannst. Und für die, die mit dem Kopfstand vertraut sind, bringen sich in die Haltung. Wichtig ist, dass die Ellenbogen immer mit dem Boden in Kontakt bleiben. Dass die Ellenbogen genauso weit geöffnet sind wie deine Schultern. Und dass deine Hände auch aktiv sind. Du möchtest so wenig Gewicht wie möglich auf deinem Kopf haben. Roll deine Füße ein und drück dich nach oben. Drück in deine Ellenbogen und versuch die Füße ohne Schwung zu holen vom Boden abzuheben. Und dann halte dich hier erst einmal und finde deine Zentrierung. Schick die Füße aus der Hüfte heraus. Werde noch länger. Press mit den Ellenbogen in den Boden und versuch dich noch weiter über die Fußspitzen herauszuheben. Atme tief ein und übe dich darin hier im Kopfstand auch die Zentrierung zu halten. Auch wenn alles auf dem Kopf steht. Atme ein und dann versuch mit der Ausatmung den Bauchnabel nach innen zu ziehen und langsam deine Füße nach unten zu senken. Und dann einatmen, die Beine wieder nach oben zu strecken. Atme tief und ruhig noch mal ein und dann versuchst du ein zweites Mal langsam deine Füße zu senken. Saug den Bauch nach innen. Ein letztes Mal streck die Beine weit nach oben. Schick die Beine durch den Himmel tief ein. Und dann langsam deine Beine nach unten Richtung Boden zu bringen. Roll dich danach in ein kleines Päckchen zusammen. Bleib mit dem Kopf unten. Atme tief und ruhig und vergesse am besten alles, was du gemacht hast. Und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lass das Blut langsam wieder aus dem Kopf zurück in den Körper finden. Und finde dann in eine weite Grätsche. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung wandere ein wenig nach vorne. Verlängere deine Wirbelsäule lang. Streck dich aus. Atme tief ein. Und wandere dann langsam mit den Händen zurück und finde in einen aufrechten Sitz. Und dann schließ deine Hände vor dem Herzen. Neig den Blick nach innen zu deinem Herzen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hast du super gemacht. Namaste. Abs 0. Verlängere dich. amedig Untertitelung des ZDF, 2020